Rente doch bald erst mit 70. Hubertus Heil will das tatsächliche Rentenalter erhöhen. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich halte hier einen Auszug, einen Online-Auszug von der Bild-Zeitung vom 19.12.2022 in der Hand. Dort steht mit ganz großen Lettern geschrieben, Rente erst mit 70? Minister Heil will tatsächliches Renteneintrittsalter erhöhen. Mehrheit der Deutschen will mit 63 aufhören zu arbeiten. Und wie sieht es dann mit Ihnen aus? Stimmen Sie doch bitte mit ab. Und dann können Sie bei der Bild-Zeitung da online mit abstimmen. Meine Damen und Herren, wenn ich mir das alles so durchlese und höre, was in den letzten Tagen über die Rente mit 63 geschrieben worden ist, dann sträuben sich so ganz langsam bei mir die Nackenhaare nach oben. Also viel habe ich ja davon nicht mehr. Aber letzten Endes geht es darum, so meine Auffassung, dass wir die Deutschen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die in die Rentenkassen einzahlen, so ganz langsam aber sicher vorbereitet werden sollen, dass das Renteneintrittsalter von 67 tatsächlich auf das 70. Lebensjahr angehoben wird. Um was anderes geht es hier wahrscheinlich gar nicht mehr. Sämtliche Beschwichtigungsversuche seitens des Kanzlers Scholz oder auch von Hubertus Heil, dass die Rente mit 63 nicht angefasst wird, können wir hier mit solchen Informationen, die ja letzten Endes auch von Hubertus Heil selber kommen, wirklich ad acta legen. Ich bin der Meinung, dass die konservativen Kreise der SPD, vor allen Dingen der Seeheimer Kreis, hiermit auch dahinter steckt und massiven Druck ausübt zugunsten der Arbeitgeberseite. Der Dulger hat ja schon hier auf den Putz gehauen und hat gesagt, wir müssen die Rente mit 70 einführen. Und das steckt eigentlich wirklich dahinter, dass wir sozusagen ganz langsam immer mit solchen Beiträgen vorbereitet werden auf die Rente mit 70. Was ist davon zu halten? Eigentlich gar nichts. Wir wissen alle, dass wir mit der Rente mit 70 das demografische Problem überhaupt nicht lösen können. Es wird eher noch verschärft durch die Babyboomer, die ja jetzt ab dem Geburtsjahrgang 1960 oder ab dem Geburtsjahrgang 1964, so ganz klar ist mir das eigentlich auch nicht, wann das losgehen soll, dann in Rente gehen und dass wir immer weniger Beitragszahler haben, die in die Rentenkassen einzahlen. Und Fakt ist auf jeden Fall eins, die deutschen Regierungen, die bis jetzt seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts oder des letzten Jahrtausends regiert haben, haben einfach nicht gehandelt. Sie haben einfach gepennt. Die Demografieforscher, die Sozialforscher, alle haben sie gesagt, was passiert, wenn wir die Altersdemografie nicht in den Griff kriegen, wenn wir vor allen Dingen die Probleme nicht in den Griff kriegen und auch die Rentenversicherung endlich so reformieren, dass die Demografie fest wird. Und da ist nichts passiert. Absolut nichts passiert. Und jetzt sage ich es mal auf Neudeutsch, die Kacke ist am Dampfen. 2025, sagt ja sogar Hubertus Heil, wird es ganz, ganz schwierig werden. Und letzten Endes reicht uns das aber nicht aus, lieber Herr Hubertus Heil. Ich habe es auch in anderen Videos schon gesagt, wir müssen unbedingt eine einheitliche, umfassende Rentenversicherung einführen. Wir müssen endlich davon wegkommen, dass wir Entgeltpunkte berechnen, sondern wir brauchen auch eine andere Rentenberechnung. Wir müssen dazu kommen, dass die Beitragssätze vielleicht ein bisschen erhöht werden, damit wir stabile Rentenfinanzen haben. Es kann einfach nicht sein, dass wir die Steuerzahler und auch die Beitragszahler jedes Jahr immer mehr in die Rentenkasse einzahlen und der Bundeszuschuss immer größer wird. Auch Beamte, Richter, Soldaten und so weiter müssen in die Rentenkasse einzahlen. Es muss aufhören, dass wir ein zweigeteiltes Rentenversicherungssystem in Deutschland haben. Und wir brauchen auch keine neunmal klugen Arbeitgeberpräsidenten, die uns erklären, dass wir bis 70 arbeiten müssen. Für mich ist das möglicherweise kein Problem. Aber erklären Sie das bitte mal einem Arbeiter auf dem Bau oder der Krankenschwester oder dem Pfleger oder wen auch immer, die körperlich hart, schwer, hart und arbeiten müssen. Die werden definitiv bis 67 und schon gar nicht bis 70 arbeiten können. Und deshalb wäre de facto der Rentenanstieg auf das 70. Lebensjahr oder eventuell ein längeres Arbeiten, ein längeres Halten in Arbeit in solchen Shops gar nicht möglich. Die Leute würden dann de facto sogar noch höhere Abschläge in Kauf nehmen und damit massive Rentenverluste erleiden. Also meine Damen und Herren von der Politik, hört auf zu schwafeln und schafft endlich eine erwerbstätige Versicherung, damit alle Deutschen in die Rentenkasse einzahlen. Und dann haben wir möglicherweise schon ein Problem weniger, weil wir dann auch mehr Beitragszahler haben. Und selbstverständlich müssen wir die Arbeitsbedingungen für Frauen, für Ältere, auch für Zuwanderer und so weiter deutlich verbessern, damit wir hier endlich unseren Laden in den Griff kriegen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine Weihnachtsschöne Woche. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine Weihnachtsschöne Woche.